Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Klingenbach. Heute bereits am Samstagmorgen einen wunderschönen guten Morgen mit euch zusammen. So, wir hatten ja das Problemchen oben bei der Anlage, ne? Ähm, bei der... Na, wie heißt die Anlage? Beim Klärwerk. Und da wurde mir in die Kommentare geschrieben, ich soll einfach beim anderen Tor reinfahren. Das läuft schon. Ähm, das müssen wir heute mal testen. Ich weiß, ich hab's nicht getestet. Ich hab... Ich verlasse mich da auf euch. Aber das, wie gesagt, machen wir weiter hier mit Tiere füttern. Oder fangen wir an mit Tiere füttern, weil wir haben ja, glaube ich, noch nichts reingeworfen. Sind wir da von innen besser? Ja, von innen ist besser. Schauen wir mal, wie viel da reingeht auf alle Fälle. Ja, aber geht schon, geht schon ein bisschen was rein. Ähm, was machen wir heute noch? Ja, heute haben wir auf alle Fälle einiges zu machen. Wir werden heute Zuckerrüben ernten. Wir werden heute, äh... Alter, ich hab vor, heute ein bisschen Holz zu machen noch. Äh, wurde auch in die Kommentare geschrieben, ich soll mal wieder das Palettenwerk auffüllen, weil da ist auch nicht mehr so viel drin. Das ist richtig. Äh, das muss heute auch noch gemacht werden auf alle Fälle. Äh, wann, wie, wo, was, welche Folge wann, weiß ich noch nicht genau. Ähm, aber ich kann euch schon mal sagen, heute, ja, wir werden ordentlich Zeit brauchen heute. Hoppla. Sorry. Ähm, ja, aber wir bringen das hin. Wir schaffen das schon irgendwie. Aber irgendwo müssen wir mal anfangen. Äh, der Mb-Tag ist am Ansehen, ne? Also nicht, dass ich glaub, hey, der macht ja gar nichts. Der Mb-Tag, nee, 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 nee. Okay, der ist fleißig am Ansehen, Hafer ansehen. Und ich, äh, werde jetzt nochmal, wie gesagt, hier noch ein bisschen, äh, Mischfutter verladen für die Kühe, damit die auch wieder was zu beißen haben. Weiß gar nicht, wie viel ich jetzt da brauche für die Kühe, aber, äh, ja, komm, wir können da noch einmal reinfahren. Ach, zwei Stunden war jetzt kein Husten. Aufnahme an, zweimal gehustet. Läuft. So, da rechts haben wir noch ein paar Strohballen drin, hinten haben wir noch ein paar Grasballen drin, also das läuft auch. Ja, ähm, Gras mähen müssen wir auch wieder. Da habt ihr recht. Ich habe Wodach in den Kommentaren geschrieben, wenn ihr nicht soll, wie der Gras mähen. Ja. Wir müssen uns ein bisschen Vorrat anlegen. Da habt ihr prinzipiell schon recht. Da kann ich hier gar nichts Negatives sagen zu. So, würde ich sagen, wie viel haben wir noch? Ja, 1400 kommen, ist egal. Das werden wir jetzt erstmal verfüttern. 10190 Liter. Ah, und da schauen wir mal, ne? Schweine haben wir auch schon angefangen, angefangen zu füttern. Ich muss das dazu sagen, dass wir angefangen haben. Und ich kann kein Haar verkaufen am Landtadel, wurde mir auch in den Kommentaren geschrieben. Das heißt, wenn man hört, die lese die Kommentare nicht. Doch, die lese die Kommentare. So. Ja, der Zweiachse ist halt schon perfekt. Speziell zum Füttern und so weiter. Kannst du auf alle Fälle machen, ne? So, wir gucken mal nach, wie viel sich das jetzt gebracht hat. Äh, ja, hier. Oh, ja, da mussten die Grasballen noch rein. Heu, Heu, Pelle, Silage, Heu. Haben wir nicht. Haben wir alles nicht. Ähm, okay. Find mal, nicht finden wir raus, sondern werden wir organisieren. Ja, Hauptpala. Werden wir organisieren auf alle Fälle. Hallo, hallo, hallo. Was ist hier los? Ähm, das passt auch. Lass mich mal überlegen. Ja, wir können jetzt eigentlich, den können wir mal ganz kurz hier stehen lassen. Oder? Ja, ich wäre halt die Frage, ob das wirklich so ist, dass ich hier am linken Eingang reinfahren kann. Das wäre halt wirklich die Frage jetzt, ne? Können wir mal ganz kurz testen. Weil sonst würde ich auch den Flüssigdünger hier abholen, ah, den Festdünger hier abholen. Damit der auch wieder zu Hause ist. Weil ich glaube, die Produktion hat aufgehört zu arbeiten am Klärwerk. Weil, äh, keine Flüssigkeiten mehr da zu verarbeiten, ne? So. Hier links kann ich reinfahren, habt ihr gesagt. Stimmt. Da habt ihr recht. Da habt ihr recht. So. Hier war, hier war, ne, hier war Festdünger. Festdünger, okay. Also wir müssen den Traktor hochschicken. Weil hier wird nichts mehr gearbeitet. Hier ist Feierabend. Okay. Das heißt, wir machen das so. Dass wir das hier aufnehmen. Werden aber jetzt, äh, gleich nochmal die restlichen Grasbalden verfüttern. Weil das ja auch ein bisschen, äh, gewünscht wird. Die Gabel habe ich hoffentlich im Regal stehen. Hoffentlich. Glaub's, ich glaub mir ja selber nicht, ne? Aber ich, äh, guck trotzdem mal nach. Wasser brauchen wir dann noch in den Produktionssiegel. Ja, oder liegt aber keine Gabel, ne? Aha, hau ich die oben liegen vielleicht? Am, äh, bei den Strohballenden. Oder beim Gras. Gute Möglichkeiten gibt's. Ja, hier ist es auch nicht. Jetzt wird's dann langsam mysteriös. Also zwei von drei Plätzen hab ich jetzt schon mal abgesucht. Aber einen haben wir ja noch. Oh, hoppla. Und zwar da hinten drinnen. Da haben wir noch ein Basilageballen rumstehen. So, da hinten. Da hinten muss ja was sein jetzt. Auch nicht. Hä, wo ist denn die? Kann doch nicht sein, oder? Wo haben wir die hier gepackt? Ich, ich war der Meinung, das Ding ist hier drin eigentlich, ne? Aber, warte mal, wir gucken mal nach. Da werden wir bestimmt irgendwo fündig werden, wo wir dann sagen, ach yo, die haben wir hier hingepackt. Eine. Eine haben wir doch gehabt hier. So, wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Äh, lalalala. Nee, nee, nee. Nice. Hier vorne. Das, äh? Ach, die ist einfach wie wird. Ach, yo. Die war, die ist am Handelmarkt dran. Oh. Toll. Ja, da kannst du, ja. Ich hab gewusst, ich hab sie zu Netz verwertet, deswegen. Da war ich eigentlich der Meinung, sie steht noch drüben, aber wir haben sie wieder mitgenommen. Ja, gut. Ja, gut. Ist ja kein Problem. Äh, wir werden jetzt noch ein paar die paar Grasballen, die wir haben. Alter, bleibt doch stehen, ey. Wir werden wir nochmal ganz fix, äh, zu den Kühen hochwerfen, weil die haben da ein bisschen verlangen danach. Und ich glaube, die Silageballen, die werden wir auch jetzt mal, äh, hoch bringen. Na, eigentlich ist es Quatsch, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, ne? Eigentlich was besser, wenn wir die Grasballen zu den Kühen bringen, ja. Aber die, die Silageballen müssten ja eigentlich, äh, in den Futtermischer rein. Weil das halt einfach, einfach wahrscheinlich auch mehr bringt, ne? Das ist normales Gras. Das bringt uns ja so eigentlich gar nichts. Weil mit dem können wir nicht mal Futter mischen, weil für die, die Futtermischer nehmt ja nur Heu. Weißt du? So, fahren wir da mal hoch. Ähm, es geht auf alle Fälle geschmeidiger mit dem, muss ich sagen. Also mit dem Handelmarkt, wenn du da immer ein kleines, äh, Pflastersteinchen fährst, dann fliegt das Ding schön in die Luft, ne? Aber das läuft hier relativ smooth, muss ich sagen. Und das ist immer noch der Standardanbau des, äh, von Chains, ne? Also darf man jetzt auch nicht vergessen. Und dafür läuft das eigentlich schon sehr, sehr gut. Das muss man einfach mal so sagen. Jo, alles weg, ne? Alles weg, du. Okay. Weil wir gerade da sind, können wir aber noch ein paar Strohballen reinhauen, glaube ich. Weil das sind einfach Sachen, die müssen gemacht werden. Also, momentan bin ich wirklich überzeugt von dem JCB, ne? Ich weiß nicht, ich finde jetzt keine Negativpunkte dran. So, jetzt die Frage, geht das hier rein oder? Das, glaube ich, geht nur hinten rein, ne? Also, äh, hier im hinteren Bereich. Sogar das hat gehalten jetzt, ne? Krass. So, warum hier nochmal auf? Das muss hier rein, das Zeug. Ah, hier fehlt auch ein bisschen Strohboden, siehst du auch. Wenn dir nicht alles bedeckt ist, sieht man, Indiz, wie das was fehlt hier. Reicht, sagst du? Gucken wir nochmal nach. Möchte auch, dass die Kühe einen schönen Strohboden haben, ne? Ja, Stroh ist genug drin. Können wir aber jetzt aber zu den Schweinen drüber bringen, weil da fehlt doch einiges. Okay, Gras haben wir noch ein bisschen Platz, können wir noch ein bisschen reinhauen. Produktivität 100%, das ist schon mal sehr, sehr gut. und das andere Zeug müssen wir einfach produzieren, sagt eine Kuh weniger. Ne, ihr wisst, was ich meine, ne? Also Milchfutter muss hergestellt werden, auf alle Fälle. Heupellets habe ich auch gesehen, aber Heupellets machen wir hier nicht. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Heupellets wird hier, das wird hier nicht passieren. Nicht jetzt, weil ich keinen Bock drauf habe, sondern weil wir jetzt einfach das nicht auch noch bezahlen können, ne? Wir können nicht jetzt noch einen, wie heißt das Ding nochmal? Krone Prämos, können wir nicht auch noch kaufen, weißt du, wie teuer das Ding ist, das ist ja Wahnsinn. Man kann auch natürlich einiges, klar, aber, ja, auch teuer. So, wir müssen mal gucken, wo das hier reingeht. Ich hoffe einfach, dass es an, 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 Stelle X einfach verschwindet. Die ich jetzt noch nicht gefunden habe. Ah ja, ah, ganz hinten war es. Okay. So, da muss auf alle Fälle, dann müssen wir noch mal drei Stück holen. Für ein, ein nettes, hübsches Strohbettchen. Bin ja froh, dass wir wirklich einige Strohballen, äh, hier haben, ne? Weil, durch Stroh bekommen wir denn auch Mist, äh, dementsprechend, und deswegen, äh, bin ich eigentlich schon ein ganz großer Fan von. Oh, da war ich jetzt zu flott. Alles gut, wir räumen die sowieso gleich wieder auf. So. War das direkt hier? Ja, ja, ah, okay, das war direkt hier vorne. Okay. Hilfe geht da rein, das sieht man schon. Oh, das war's. Mehr geht da gar nicht rein. Wasser brauchen wir noch. Körnermais, Weizengerste, Heupellets, Rapssonnenblumen, irgendwas davon haben wir bestimmt. Da habe ich nicht letztes Mal Kartoffeln. Doch, ist drin. Okay, ich habe gerade gedacht. Ich habe noch gerade gedacht, dass wir das reingepackt haben. Und die Tür können wir gleich wieder zumachen am Schweinestall. Ne, weil da wird auch immer sehr viel Werk drauf gelegt, von euch, dass ich da ein bisschen sorgfältig arbeite, glaube ich, schon in den Kommentaren. So, das heißt, wir können auch hier zumachen, ne, weil hier ist ja auch genug. Dann haben wir die Stelle wieder mal schön eingebettet. So. Dann kommst du mit, mein Freund. Ich kann jetzt schon mal, bei mir ist es noch wichtig, wenn es regnet, weil es ja nicht, dass die Strohballen nass werden. Deswegen, äh, packt man die mal hier rein. So, das haben wir dann gemacht. Äh, Silat, ja, wir haben noch Gras unten. Stimmt, Grasballen müssen wir auch noch hier hochbringen. So, da müssen wir mal den, den Betag sagen, dass er jetzt noch gleich Feld 2 machen muss. Äh, damit der auch noch was zu tun hat. Jo, machen wir gleich. Machen wir gleich. Gleich in der zweiten Folge. Weil jetzt bin ich gerade noch dabei, ein bisschen die Kühe zu versorgen. Er ist aber auch sehr wendig, ne? So, da haben wir noch einen Stapel Grasballen drin. Ja, das nächste, der nächste Schnitt muss auf alle Fälle zu Heu gemacht werden. Wir brauchen unbedingt Heuballen für die Futtermischanlage. So, das war ja nur, die sind ja wirklich schon alt, die Grasballen, die hier liegen, Also eigentlich ist das ja ein Fall für den Misthaufen wahrscheinlich, aber ja gut. Das wäre vielleicht auch ein geiles Feature für 19er, ne? Wenn Ballen nur eine bestimmte Zeit lang liegen können und dann immer schlechter werden von der Qualität her. Und dementsprechend dann auch deine Milch eine bestimmte Qualität hätte, ne? Das wäre halt schon geil, aber das würdest du wahrscheinlich nicht spielen, glaube ich. War so ein bisschen sehr steilig. Oh, oh, oh. So. Oh, Alter, war da knapp. So. Also bei den Kühen, ne? Da sieht's ja schon gar nicht mal so schlecht aus. Geht sich das jetzt genau um 4.000 nicht aus? Lol. Geht sich nicht aus. Okay. Weißt du was? Dann stellen wir den einen Grasballen zu den Strohballen dazu, weil ich möchte jetzt nicht wieder runterfahren, weißt du? Aber wo, wofür? Braucht kein Mensch. Wir stellen ihn einfach da oben drauf und beim nächsten Mal können wir den dann einfach mit reinwerfen. Sagen wir es mal so, wie es ist, ne? Okay. Stroh haben wir drinnen auf beiden Stellen. Das passt. Läuft. Dann bräuchte ich. Schauen wir mal, wer als nächstes rankommt von euch allen hier. Du. Du kannst mir zum Klärwerkhof fahren, weil du musst mir noch den Festdünger holen. Den haben wir nicht mehr hier. Das ist das große Problem für die Sehmaschinen. Wir haben den keinen Festdünger mehr hier. Aber den holen wir jetzt ab. Dann passt das auch wieder. So. Ja. Läuft. Dann der nächste. Ah, das bist du. Okay. Raus. Raus. An. Genau. Dann haben wir dich gleich zufällig zwei rüberschicken. Also rüberschicken, ja. rüberfahren und dann, ja. Dann müssen wir noch mal schauen, wegen dem Dünger. Oh, da hat irgendwas nicht funktioniert. Da fahren wir gerne nochmal drüber hier. Ja. 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 Wir fahren jetzt ein bisschen langsamer hier drüber, weil wir die Sehmaschinen noch ausgeklappt haben. Aber bis ich die Sehmaschinen noch zusammengeklappt habe, lohnt sich einfach überhaupt nicht. Deswegen, ja, machen wir das eben so. Aber wir machen da auf alle Fälle heute noch in der zweiten Mittagsfolge weiter. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen hoch oben da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und wir sehen uns heute wieder um 12 Uhr zu einer weiteren Folge hier auf der Klingebach. Bis dahin. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.